heidi ho meine amigos und herzlich willkommen zu einer runde let's play arc auf der playstation 4 heute am klassischen arc ja mit meinem baumhaus auf decenta habe ich so meine schwierigkeiten zeige ich euch ein anderes mal und jetzt wollte ich unbedingt das habe ich das letzte mal ja nicht zusammengebracht zu der ruine da hinten wo wir eigentlich bauen wollten bevor ich auf decenta gegangen bin bin jetzt auch noch aus einem anderen grund auf dieser map denn das ist mittlerweile meine tutorials map sprich wenn ich ein tutorial mache 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 ich es auf dieser map und da ich jetzt gerade da drauf war habe ich erstens übel den vogel aufgepusht auf geschwindigkeit und zweitens mir gedacht hey ich will jetzt wissen was da drüben phase ist was sich so alles in der in den gemäuern versteckt ob wir da was finden oder ob nix ist und einfach nur so dekomäßig auf jeden fall wir werden es gleich erleben wir sind ja vor also die zwei bauplätze sind nicht weit voneinander entfernt das geht ganz gut und jetzt schauen wir mal was da drin so los ist ihm ist zu heiß klare sache mit dem leder outfit und mein computer ist gefährdet ja wunderschön interessiert mich gerade überhaupt nicht denn irgendwie ist mein computer immer gefährdet und wer computer hat weiß dass das so ist okay und zwar von welchem gemäuern ich spreche seht ihr jetzt gleich und das ist irgendwo da hinten glaube ich kann auch anders sein da sollte jetzt irgendwo der fluss kommen dann bei dem fluss kommen wir zurück zu den gemäuern und auch zu meinem gewünschten bauplatz die terror birds die unsympathischen viecher okay der fluss sollte jetzt gleich hier rein münden dann müssen wir da hoch und links noch nicht auch noch nicht ich sollte mir mal so ein gps gerät machen würde mir helfen glaube ich okay aus da haben wir ja gott sei dank genug hier sind überall diese schrägen terror birds und da unten wäre unser gewünschter platz oder ist das der fluss das ist der fluss ich glaube ich kreise rum oder ich kreise doch um den platz rum das ist mir schon öfter passiert ja klar da ist er da ist es da wollte ich hin da stehen auch meine ganzen dinos bis auf die vögel und zwei raptoren die habe ich jetzt wieder mitgenommen ok hier sind wir zu hause hier balken wir mal unseren seitenschnabel hin balken dankeschön und wir gehen mal schauen was da unten so phase ist und nehmen uns dem uwe mit unseren treuen raptor mit sattel was natürlich schön ist denn der kann auch ganz gut kämpfen äh level up hat er nicht dann nehmen wir ihn einfach so ja durchs wasser kommt er und hier unten geht es dann auch gleich schon los mit dem gemäuer da ist ein wasserfall und deshalb gehen wir außen rum dann stehen wir vom wasserfall und wissen nicht mehr weiter ok wir müssen aufpassen weil diese gegend ist echt übel da sind Karnos und Terror Birds sehr sehr stark vertreten ja ich will schon wieder ums Eck schauen für die Ausdauer von ihm ist schlimm er hat nämlich keine Bären Terror Birds ist schon vertreten aber wir wollen da hoch und rechts rüber da sehen wir mehr ja da scheinen wir richtig zu sein Ausdauer ist schlimm bei denen Ausdauer ist schlimm bei denen ok ah ein Karnos ich glaube ich hören wenn mich nicht alles irrt höre ich ihn hinter uns das wäre jetzt nicht so cool ja der Wald ist voll zum verlaufen ok hinter uns ist mal nix das ist gut das ist gut was war das irgendwas schlägt uns Alpha Viecher ach du ok ich glaube vom Uwe können wir uns langsam verabschieden weil der wird es nicht überleben ich habe keinen Plan wir sind wir sind doch noch nur zwei Meter gegangen und schon weg also der Wald ist wirklich arg das könnte jetzt hier sein oder ganz woanders da geht man zwei Meter weg und weg bist äh mit was kämpft der da? ach mit diesen Kackviechern diesen Dieben alter Deckelgas cool nicht schlecht nicht schlecht wir gehen jetzt einfach da runter da werden wir schon unser Ziel erreichen das kann es doch nicht sein das ist eigentlich genau unterm Bauplatz genau drunter wäre doch besser den Wasserfall runter gesprungen hätte sich ausgezahlt war schlimm ja jetzt gehen wir mal da ein Stück durch ich hätte mal etwas vom Wald ist mal was anderes aber es muss da irgendwo sein im Normalfall stolpert man drüber mal findet man das wenn man das gerne finden will außer man sucht etwas dann sieht die ganze Sache anders aus aber hier sieht einfach alles aus ah jetzt jetzt kann ich mich wieder aus unser Haupttor noch hier ja ist noch hier wir müssen da runter und rechts dann sind wir hier wir sind irgendwie komplett außen rum gelaufen übel übel aber jetzt da unten da ist es jetzt gleich ich hoffe nur dass jetzt nicht irgendein fetter Gegner kommt was uns wegknallt sonst war die Mühe umsonst weil da unten ist unser gewollter Bauplatz da sind wir richtig unterwegs das ist schön das passt und hier sind diese Ruinen ja richtig gut ihr seht wir sind da rechts gegangen und sind irgendwie komplett falsch und jetzt sind wir hier wo wir hin wollten und wir gehen darauf da sind schon die ersten Bögen da sollten wir auch mit einer Treppe nach unten gelangen müssen nur da vorne raus und dann bin ich gespannt was uns da erwartet ich habe es mir selbst noch nie angeschaut aber ich war einfach so neugierig was da los ist hat mich wirklich nicht in Ruhe gelassen das Ding äh Ausdauer passt wieder ok so ein Ding oder was wow ich dachte schon was übles kommt gut hier haben wir die ersten Bögen von dem alten Gemäuer schon wieder ach so hier sind diese Toiletatendinger wow das war knapp ok wir gehen da rauf und springen einfach runter wenn wir auch keinen anderen Weg wissen springen wir einfach runter Uwe ist auch her schön gut äh ja ihr seht hier ist alles voll mit dem Mauerwerk und hier geht es weiter und da muss doch irgendwo was sein immer ein bisschen längs mal und da geht irgendwo eine Treppe hoch yes nö wohl hier da geht es hoch und da ist so eine Art wie eine Brücke drüber also schon cool cool wäre auch wenn es irgendwo so so einen Höhleneingang noch gäbe aber ich glaub da erwarte ich mir jetzt von Ark zu viel äh von Ark Ark mit Uwe auf Besichtungstuhe die Dinger sind so nervig ja frissen auf echt hast so wo kommen wir hier hin kann ich mir nicht vorstellen kann ich mir nicht vorstellen dass hier nur ist er noch immer am kämpfen Uwe was machst du für Sachen kann ich mir echt nicht vorstellen dass das nur so Gemäuer sind muss doch irgendwo so schriftrollen oder irgend sowas sein könnt ihr mir gerne in die Kommentare ballern wenn ihr es wisst ob es da irgendwo etwas gibt mein ausschauen ausschauen tut schon wirklich cool aber würde mich interessieren ob es irgendwas hier gibt außer ein Haufen Picher die mich töten wollen fliege ah mein Flugsauer sitzt hier unten weißt du nicht warum aber würde sich schon so gedacht haben ja geh mal da runter ah hier kommt man rauf alles klar äh Uwe du musst zu mir kommen Uwe diege wo ist Uwe hier ist Uwe wo bist du denn ganz irgendwie läuft er rum also wie ein aufgeschrecktes Huh so wir gehen jetzt mit Uwe zusammen rauf weil sonst läuft er komplett amok hier hinten ja er hatte mir irgendwie mehr erwartet von den allzeit hatte mir irgendwie mehr erwartet von den Gemäuer aber ihr wisst das sicher noch mehr wie ich die Optik ist cool sieht wirklich fabelhaft aus aber da hätten sie ruhig was einbauen können wissen du ach nur so ein Fisch wenn sie ruhig was einbauen können dass man auch was finden kann ja war jetzt auch nur ein bisschen eine Notlösung weil ja bei Decenta derzeit alles im Argen ist und ich da erst einiges 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 sammeln muss so du bleibst bitte hier stehen alle anhalten und wir laufen noch schnell zu dem Drop was ist hier geboten ein grüner Drop wird nicht die Welt sein steht schon wieder so ein Kackvieh den treffe ich gar nicht ok blueprint sattel den habe ich schon ahaha und was ich noch machen will mein Flugsaurier holen was da unten irgendwie packt er geht nicht an was ist denn das für ein Fisch was ist denn das für ein Fisch schräge Gegend ah da sind wieder diese Ameisenviecher so jetzt Flugsaurier ja mach mal haben wir ja schön überlebt der Sattel hat auch drauf das ist schön da können wir gleich weg starten mit so einem Sorge bin ich jetzt auch schon lange nicht mehr geflogen ich bin nur noch mit den Vögeln unterwegs ok und Landung Spitze gut wir haben nicht so viel gefunden wie ich finden wollte aber zumindest haben wir das Ding mal ein bisschen unter die Lupe genommen und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag einen schönen Abend bis zum nächsten Mal euer Sari Ciao Ciao